Ich schütte mir den Scheiß nicht mehr rein. Ich will es nicht mehr. Wenn ich mir angucke, dass ich damit meine verrosteten Grills super reinigen kann, dann wird mir ganz schlecht. Die Phosphorsäure ist hervorragend da drin. Ja gut, das bei Frauen ist dann auch ganz toll. Es gibt dann Osteoporose und so. Und da brechen die Knochen und die Oberschenkel. Auch nicht so toll. Die ganze Schwinke, der ganze Scheiß, den es zu kaufen gibt, lass doch die Finger davon. Ich bin jetzt seit, ihr seht, ich bin nicht schlank. Ich bin mit Sicherheit wirklich alles andere als schlank. Aber ich sag euch, das war harte Arbeit. Das war zwölf Jahre lang Scheiße in mich reinschaufeln, bis das dazu gekommen ist, bis diese 40 Kilo drauf waren. 40 Kilo in zwölf Jahren. Und jetzt, ich gehe nicht mehr zu McDonalds, ich gehe nicht mehr zu Burger King. Die können mich am Arsch lächeln. Die können mich da küssen, wo die Sonne nicht mehr scheint. Von mir kriegen die kein Geld mehr. Damit ist Schluss, ein für alle Mal. Und auch mein Fleisch. Ich bin ein bekennender Fleischesser. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Viele sind da sehr militant, was das anbelangt, was ja auch nicht schlimm ist. Ich weiß, dass Fleischessen nicht gut ist für den Planeten. Aber meinen Fleischkonsum habe ich eingeschränkt und ich gucke schon, wo ich mein Fleisch kaufe und was das für Fleisch ist, wo es herkommt. Und ich kaufe eben nicht mehr nur ein Hühnerbrustfilet, weil es so schön ist, weil ich dafür dann nichts mehr häuten oder entknochen muss oder entknorpeln muss. Nein, dann kaufe ich lieber ein ganzes Huhn und mache es lieber selber, bevor nämlich irgendwelche Leute in Afrika diese Hühnchenreste tiefgefroren geliefert bekommen und da auf irgendwelchen Märkten verkauft mit unterbrochenen Küken. Geht auch nicht. Da geht der Scheiß nämlich hin. Weil wir ja so verwöhnt sind und nur noch Filets essen. Es fängt bei jedem von euch selber an. Ihr könnt den Planeten ändern, wenn ihr wollt. Und es ist gar nicht so schwer. Ich habe wirklich gedacht, zwei Wochen, kein Meckes, Mann. Jetzt könntest du mal wieder. Heute, wenn ich daran vorbeifahre und rieche die komische Fritteuse, dann wird mir schlecht. Dann wird mir echt schlecht. Ich brauche das nicht mehr. Und das ist wirklich gut so. Und ihr könnt wirklich alle möglichen Läden boykottieren. Ich war letztens noch im Urlaub. Ich war auf Sylt, auf der Insel der Reichen. Faszinierend. Ich habe da ganz, ich habe da so viel Armut gesehen. Das ist mir wirklich das, wie sich da hinten geschlagen hat. Also da gibt es Leute, die fahren da hin zum Arbeiten, Saisonarbeiter. Und die verdienen so wenig, weil die Wohnungen da so teuer sind. Und die können dann nicht mehr sich die Wohnungen finanzieren. Die pennen da am Strand. Die gehen da Flaschen sammeln. Ich meine, das machen sie hier auch. Aber wenn ich überlege, auf Sylt 30 Quadratmeter Apartment, 750 Euro kalt. Das geht schon gut ins Geld. Und die Armut ist überall. Der Reichtum ist auch überall. Aber selbst gegen diese reichen Leute dürfen wir keinen Groll haben. Die reichen Leute, die wissen nur noch gar nicht, dass es denen so schlecht geht. Denn die müssen sich hinter hohen Zäunen verschanzen. Ihre Kinder mit gepanzerten Limousinen zur Arbeit oder zur Schule fahren. Und fühlen sich nicht sicher. Ich fühle mich zwar auch nicht sicher. Aber ich fühle mich sicherer als die. Hundertprozentig. Ich muss meine Türe nur einmal abschließen. Wenn überhaupt. Manchmal steht sie sogar auf. Und das ist wirklich eine Sache. Es fängt alles hier oben an. Es fängt wirklich hier oben im Kopf an. Und es muss ein Aufwachen durch die Gesellschaft gehen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen den Leuten einfach mal klar machen, was Sache ist. Auch unsere Medien belügen und bescheißen uns jeden Tag. Der ARD Fernsehrat oder Fernsehbeirat, ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt, hat ja die ARD selber, der Programmbeirat, vielen Dank. Der hat ja die ARD selber kritisiert für ihre tendenziell russlandfeindliche Berichterstattung aus der Ukraine. Das ZDF ist auch keinen Deut besser. Genauso wie jeder andere öffentlich-rechtliche Sender. Du darfst gerne was sagen. Die Welt, ihr kennt die Welt, hat jetzt dazu geschrieben, dass der Programm Bayreuth wohl russlandfinanziert sei. Ja, das ist cool. Ich dachte eigentlich immer, das wird aus unseren Rundfunkgebühren finanziert, der ganze Spaß. Und ich frage mich allen Ernstes, warum es heute in diesem Rat nicht einen einzigen Vertreter aus der Bevölkerung gibt, nämlich dem Zuschauer. Das ist zum Kotzen. Was sind denn das für Gremien? Das ist undemokratisch bis ins Letzte. Aber die Leute lassen sich das einfach gefallen. Ja, die zahlen einfach weiter GEZ und die GEZ oder Rundfunkbeitrag GEZ heißt ja nicht mehr. Ja, aber einfach mal zwei Monate oder drei Monate nicht zahlen. Lass dir doch mal ein Gebühren drauf tun. Ja, oder gar nicht zahlen. Gut, das ist dann wieder so eine Sache, da kommst du hinterher manchmal vielleicht in rechtliche Schwierigkeiten. Ja, wir haben da auch schon die Gegenbeispiele gesehen. Also da gab es dann echt übelste Geschichten. Aber ihr könnt das trotzdem einfach machen. Einfach mal drei Monate nicht zahlen. Entfällt denen die Knete. Die hauen euch acht Euro Mahngebühr drauf. Ja, dann zahlt ihr einfach ohne die Mahngebühr. Das mache ich regelmäßig so, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Ich habe es eine Zeit lang nicht gezahlt. Ich musste es nachzahlen. Ja, ich habe da definitiv noch ein paar Gesetze geblättert. Und eigentlich kommst du nicht drum rum. Es ist ein gesellschaftlicher Vertrag, der Rundfunkbeitrag, Staatsvertrag. Und der hat rechtliche Relevanz. Ja, es ist ein kritisches Thema. Ja, aber damit tut ihr denen genauso weh. Einfach mal drei Monate lang nicht zahlen. Und am besten drei Monate lang mal nicht gucken. Denken hat die ganze Grütze. Vielleicht nach 23 Uhr einschalten, mal Arte gucken und vielleicht mal ein paar gute Dokus gucken. Wie zum Beispiel Todesstaub von Frieder Wagner, der nur einmal ausgestrahlt wurde. Und danach war er weg, der Film. Weil er das Elend in der Welt, nämlich im Irak gezeigt hat. Die Kinder von Basra. Wie die auf die Welt kommen. Mit übelsten Mutationen, die einfach überhaupt gar nicht mehr lebensfähig sind teilweise. Ja, und dann haben wir so Leute wie Rudolf Scharping, der war zu meiner Wehrdienstzeit, war der Verteidigungsminister. Da hat man sogar noch spekuliert, ob er bei uns in der Kaserne heiraten wollte, seine ehemalige Angetraute oder ehemalige Verlugte, jetzige Ehefrau. Und wir da für den Spanier stehen sollten. Dann habe ich schon damals gesagt, nee, mach ich nicht. Warum soll ich für eine Pfeife da stehen? Der Erste sowieso auch nie Wehrdienst geleistet hat. Ja, und letzten Endes unseren Soldaten erzählen, das Risiko von Uranmunition ist für unsere Soldaten vernachlässigbar. Das haben wir gesehen, wie vernachlässigbar das ist. Weil heute noch im Kosovo und heute noch im Rat die Leute daran sterben. Und wo kommt die Grütze her? Aus Düsseldorf. Von Rheinmetall. Und da müssen wir hin. Denen müssen wir nämlich auch zeigen, wo es lang geht. Das wird das Nächste, was wir organisieren. Das wird aber nicht angemeldet. Das kann ich euch sagen. Da habe ich die Nase voll von. Wir lassen uns auch räumen. Das ist definitiv in Arbeit bei uns in der Orga. Und wer da gerne mitkommen möchte, der kann das gerne tun. Auch wenn wir da nur zu fünf Mann vor dem Tor sitzen. Uns ist das egal. Und es wäre echt prima, wenn sich da ein paar Leute anschließen würden. Aber wir versuchen noch ein paar Leute aus Düsseldorf zu mobilisieren. Duisburg ist garantiert mit dabei. Weil Duisburg sich auf die Fahne geschrieben hat. Nach, wie hieß er, Stefan Issell? Werdet militant. Fangt an zu stören. Ziviler Ungehorsam. Einfach sich nicht mehr alles aufdiktieren lassen. Einfach mal sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist meine rote Linie. Und wenn du die überschreitest, dann störst du meinen inneren Frieden. Und ich habe lange gebraucht, bis ich meinen inneren Frieden gefunden habe. Auch wenn sich das hier heute nicht so anhört. Aber ich habe ihn definitiv gefunden. Und ihr seid wunderbar. Und es ist toll, dass es so Menschen gibt wie euch. Die hier sind. Und ich glaube, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Danke. Ich liebe euch. Applaus Wir sind hier ja eigentlich der BGE. Bundeseinheitliches Gesamteinkommen. Und wenn ich mir da mal vorstelle, was überhaupt hier passiert. Weiß einer von euch, wie viele Bauern an Rente bekommen, die jeden Monat ihren Beitrag bezahlen? Das ist irre. Die bekommen zum großen Teil gar nichts. Die sind 65 Jahre alt, können ihren Hof aber nicht abgeben. Und aufgrund dessen bekommen die gar keine Rente. Das heißt, wir haben seit den 50er Jahren eine Hochabgabeverordnung in der Rentenverordnung für Bauern. Und wenn ich das gestern Abend mal angeguckt habe, da steht ein 77-jähriger Bauer mit seiner 75-jährigen Frau und machen den ganzen Hof. Das ist klar.